Insgesamt gesehen, wie geht ihr in die Rückrunde? Wie ist da die Zielsetzung aus der Mannschaft heraus? Ähnlich wie die Hinrunde. Am besten nichts mit unten zu tun haben und gucken, so weit wie möglich nach oben zu kommen. Sie persönlich, haben Sie sich auch eine Marke gesetzt in Sachen Toren? Sie sind ja immer gut dabei. Ja, man will mal das Vorjahr am besten übertreffen. Aber Hauptsache wir haben nichts mit dem Abstieg zu tun. Wir spielen erfolgreich und da ist es egal, wer die Tore schießt. Und der Ausflug ins Tor war aber heute eine einmalige Sache, nehme ich an, oder? Ja, ab und zu im Training, wenn ein Torwart fehlt, gehe ich auch mal rein. So kam das was naheliegend, dass ich heute reingehe. Aber ja, das ist nicht meine Zukunft. Insgesamt gesehen, wie lange wollen Sie noch persönlich weitermachen? Wie sieht es da aus? Haben Sie noch Ambitionen, noch mal höher zu spielen oder sind Sie jetzt zufrieden in der Landesliga? Höher nicht. Ich bin zufrieden. Ich wohne seit zwölf Jahren in Großziten. Ich habe endlich mal ja nicht so einen großen Aufwand. Und ja, so lange die Knochen halten. Also nächstes Jahr habe ich schon noch vor, in der ersten Herren zu spielen. Ich bin so periodically in der Kolbe-Knochen-Komster. Aber ich bin dann ehren ja nicht.